We don't burn it down We don't burn it down We don't burn it down Sehr Freunde, für viele schon ein Klassiker aus dem Lidl und zwar die Beastmaster Ist eine XXL Double Effect Batterie, sprich Quackling Feuertopf und oben am Himmel auch nochmal Hat 18 Schuss, 342 Gramm NEM, Kaliber von 29 Millimeter Und preislich war sie glaube ich 13,99 Euro Ich muss lügen, also preislich weiß ich sie gerade überhaupt nicht Auf jeden Fall war sie unter 15 Euro und deswegen habe ich sie mir mal mitgenommen Und dann testen wir mal die kleine für euch Also bis gleich, draußen zur Zündung So, wir versprochen jetzt die Lidl Batterie und zwar die Beastmaster Ne, Aldi war es glaube ich Mal gucken, ich renne mal ein bisschen weiter weg Oh вот schon Das war's. Auf jeden Fall eine der besten Batterien, die Aldi zu bieten hat. Und das für gerade mal, ich glaube, 13,1299 Euro. Und das war's. Und das war's.